Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute geht es darum, was wirklich sehr gefährlich für dich mit deiner CED ist. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kron-Pod. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei und ich hoffe, du kannst diese Folge, wo auch immer du gerade bist, entspannt hören. Denn es ist ja das Pfingstwochenende und ich hoffe, dass du einfach jetzt entspannt irgendwo sitzt oder läufst, wo immer du gerade bist. Lass uns ein bisschen gemeinsam Zeit miteinander verbringen. Hi. Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen auch an die Menschen, die neu zu diesem Podcast gefunden haben. Hallo, ich bin Kai. Viele sind von der letzten Folge hier rübergekommen, von Priscilla auch inspiriert worden, hier doch mit teilzunehmen. Seid herzlich willkommen. Ihr könnt jederzeit gerne mal auf meine Homepage gehen, www.ichundmeinkron.de. Die wird immer mal wieder aktualisiert. Da findet ganz viel statt. Ihr seid quasi am Anfang von Ich und mein Kron mit dabei. Okay. Und was auch immer wieder ganz gut ist, ist, wenn ihr mir auf Instagram folgen würdet. Denn da heiße ich mein Kron. Den Link dazu findet ihr auch unter dieser Folge hier. Und auch da wird in der nächsten Zeit einiges passieren. Und da haben wir die Chance, einfach miteinander auch zu interagieren. Und da bist du am nächsten auch mit hier bei diesem Projekt mit dran. Ja. So. Heute möchte ich ganz gerne mit euch über etwas sprechen. Habe ich ja gerade schon angeteasert, was wirklich sehr gefährlich ist für dich mit deiner CED. Das ist ein Gedanke, den möchte ich jetzt ausführlich mal mit dir besprechen. Denn durch meinen Krankheitsverlauf ist es ja so, dass ich heute viel mehr Wissen habe als noch vor ein bis zwei Jahren. Und zwar weiß ich heute, was gefährlicher ist oder was das gefährlichste an einer CED ist. Und ich sage bewusst CED, denn es trifft auf Morbus Crohn genauso zu wie auf Colitis ulcerosa. Weißt du, was das gefährlichste an einer CED ist? Ich sage es dir. Das ist die Individualität. Die Individualität führt nämlich in ganz, ganz vielen Fällen zur Passivität, zur Aufgabe, zum Kampf gegen Windmühlen, der so empfunden wird. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Hier am Mikrofon sitzt ein Mensch, der einen Darmriss hinter sich hat. Ein Darmriss ist der Worst Case einer CED. Das darf nicht passieren. Das muss verhindert werden. Und ich habe es erlebt. Ein Darmriss ist nicht etwas, was man mal eben wegoperiert und dann ist wieder gut. In den meisten Fällen überlebst du es nämlich gar nicht. Ein Darmriss hat bei mir zum Überleben geführt, weil er im Krankenhaus stattgefunden hat. Wenn er irgendwie ein paar Minuten vorher im Krankenwagen stattgefunden hätte oder hier zu Hause noch, dann säße ich jetzt nicht hier. Ich habe einen Kampf geführt zurück ins Leben. Und das war ein Überlebenskampf. Und der war hart. Der war wirklich hart. Aber weißt du was? Ich sitze heute hier und wache morgens auf und bin schmerzfrei. Zehn Jahre lang hatte ich Schmerzen des Todes. Und ich habe einen Schmerzverlauf gehabt, ohne zu wissen, was ich eigentlich habe. Heute wache ich auf, kann aufstehen und bin schmerzfrei. Ich fühle mich nicht immer sehr wohl und ich habe da schon mal ein paar Folgen zu gemacht. Morgens ist immer eine schwierige Zeit, aber ich glaube, das kennen viele mit CED. Aber ich bin schmerzfrei. Ich habe keine Krämpfe. Ich krümme mich nicht im Bett und brauche keine Wärmflasche. Ich brauche keine Schmerztabletten mehr momentan. Das ist ein Ergebnis von harter Arbeit. Und ich habe heute mehr Wissen als noch vor ein bis zwei Jahren. Und dieses Wissen möchte ich gerne mit euch teilen. Und deswegen lasst uns mal in den Gedanken reingehen, warum die Individualität das gefährlichste an einer CED ist. Denn zwischen Diagnose Morbus Crohn bei mir und dem Darmriss liegen drei Wochen. Und ich werde sehr, sehr oft gefragt, sag mal, hätte man in den drei Wochen nicht irgendetwas anders machen können, dass du den Darmriss nicht gehabt hättest, dass man den verhindern hätte können? Und scheiße, ja, hätte man. Hätte man mit mehr Wissen, wenn ich mehr eingestanden hätte für mich und meinen Körper, wenn ich mehr eingefordert hätte, dann hätte ich den wahrscheinlich verhindern können. Ja. Warum mich die Individualität dazu gebracht hat, kann ich auch erzählen. Denn als ich meine Kapselendoskopie hinter mir hatte, die Ergebnisse waren ja da. Und die Ergebnisse waren sehr eindeutig. Zwei Ärzte haben mir eindeutig bestätigt, ja, das ist auf jeden Fall Morbus Crohn und sieht böse aus. Ich habe zwei Fragen gestellt in der Zeit. Die erste Frage, was darf ich nun essen? Die zweite Frage, was machen wir gegen die Schmerzen? Ja, die dritte Frage war, glaube ich, wie baue ich wieder Gewicht auf? Aber die beiden Fragen wurden beantwortet mit individuellen Antworten. Und zwar immer das Gleiche. Was darf ich nun essen? Das kann man so pauschal nicht sagen, denn das kommt individuell drauf an. Jeder verträgt etwas unterschiedlich. Und dein Darm wird dir schon sagen, was er verträgt und was er nicht verträgt. Hat mich fast ins Grab gebracht, denn Spargel hat er nicht vertragen. Ich hatte Stenosen schon drin und auch noch eine Kapsel drinstecken, die nicht mehr rausgekommen ist, was man auch nicht erkannt hat. Und ja, da war faseriges Essen nicht so genial. Und die individuelle Antwort, probiere einfach aus, was du essen kannst, hat mich ins Grab geführt fast. Also ich bin dran vorbeigeschoben worden. Was machen wir gegen die Schmerzen? Ich habe nämlich unfassbare Schmerzen. Das kann man so individuell nicht sagen. Jetzt müssen wir uns erstmal angucken, wie dein Krankheitsverlauf wirklich ist. Wir nehmen nochmal eine Stuhlprobe, schicken die weg und dann gucken wir uns das Ergebnis an und dann bestimmen wir, welche Therapie für dich jetzt die richtige ist. Das ist halt individuell. Das Ergebnis habe ich nicht mehr mitbekommen von dieser Stuhlprobe, denn bis dahin hatte ich dann den Darmriss. Ich habe mich mit diesen Ergebnissen, mit diesen Antworten zufrieden gegeben und das war das Fatale. Und deswegen bin ich heute der Meinung, und das beobachte ich immer wieder in Gesprächen mit anderen Menschen, wenn ich mir Beiträge angucke, die in irgendwelchen Blogs geschrieben sind, dann sehe ich, dass das Gefährlichste die Individualität der Krankheit ist. Denn man sagt uns immer, wer von uns hat es denn noch nicht? Heb mal deine Hand, wenn du noch nicht gehört hast. Das kann man so nicht sagen, das ist individuell verschieden. Heb deine Hand, wenn du das noch nie gehört hast. Ich würde jetzt gerne sehen, wie viele Zuhörer die Hand gehoben haben. Es können nicht viele sein, denn wir haben es alle schon gehört. Hätte ich meinen Darmriss selbst vielleicht verhindern können? Hätte man was anderes machen können, damit dieser Worst Case gar nicht eintritt? Aus heutiger Sicht, mit meinem heutigen Wissen bin ich mir sehr, sehr sicher, auch mit Rücksprache, mit Ärzten und so, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass für mich jede Hilfe im Grunde genommen schon zu spät gewesen ist. Man hätte drei, vier Jahre im Vorfeld ansetzen müssen, hätte den Kron unter Kontrolle bringen müssen, hätte die Schleimhaut verbessern müssen, hätte die Entzündung da rausziehen müssen. Das hat man nicht gemacht. Und deswegen sind da ganz über die Jahre hinweg ganz viele Schwierigkeiten noch dazugekommen. Und deswegen war dem eigentlich nicht mehr zu helfen und ich glaube, den Darmriss wirklich verhindern können, hätten wir nicht hingekriegt. Es sei denn, man hätte vielleicht einfach vorher schon einen Stoma angelegt und hätte dann eine große Darmsanierung gemacht, operativ. Aber ich glaube, um die OP wäre ich nicht drum herum gekommen. Ja, und was weiß der Kai heute, was er vielleicht drei, vier Jahre vor dem Darmriss hätte machen sollen? Ganz einfach. Heute weiß ich, dass man mit nur vier Dingen innerhalb von zwei Wochen eine unfassbare Menge bewirken kann. Vier Dinge. Zink, Vitamin D, Probiotika, Weizenverzicht. Das zwei Wochen lang und du hast wirklich eine großartige Veränderung in deinem Darm bewirkt. Es ist eigentlich einfach und das ist jetzt nicht etwas, was ich mir zusammengesucht habe, sondern es ist etwas, was Neurologen und Gastroenterologen auch so sagen würden und mir zumindest gesagt haben. Und du veränderst damit schon sehr, sehr viel. Ich würde mir selber in der Vergangenheit auf jeden Fall noch Cortison mit reingeben, weil ich war schon sehr, ich war so weit, dass mein Körper sich wirklich richtig selber bekämpft hat. Der hat die eigene Darmschleimhaut abgestoßen. So weit war ich schon und der kam damit einfach nicht klar. Ich hatte einen Gallensyndromverlust, Gallenflüssigkeitsverlust, so und ja, es ging meinem Körper richtig dreckig. Ja, da anti-entzündlich reinzugehen, den Darm zu entlasten, vielleicht unter Hilfe von Cortison mit reinzugehen. Ja, das würde ich heute machen. So und was ist jetzt die Lösung für die Individualität und für das Gefährliche? Das ist das, warum ich diesen Podcast hier mache. Wir müssen dahin kommen, dass wir nicht die Verantwortung und das tut wirklich weh, aber frag dich, ob du es machst, dass wir die Verantwortung nicht weggeben an den Arzt. Ich habe das gemacht. Was darf ich nun essen? Was machen wir gegen die Schmerzen? Das hätte ich mir selber beantworten können, indem ich einfach mal auf meinen Körper gehört hätte und ihn gefragt hätte, was brauchst du jetzt? Dann hätte ich die Antworten alle in mir gehabt. Ich hatte aber gar keine Verbindung mit meinem eigenen Körper. Ich habe nie gelernt, auf ihn zu hören, die Zeichen zu deuten. Symptome waren anstrengend, waren nervig, die habe ich weggeschoben. Damit wollte ich mich nicht auseinandersetzen. Das passte gerade nicht in meinen Terminkalender. Ja, ich hatte zehn Beratungsgespräche an einem Tag. Da konnte ich mich nicht mit mir selber noch auseinandersetzen und mich selber beraten. Du merkst es, ne? Die Individualität, dass wir keine gezielten Antworten kriegen. Ich habe sehr schnell rausgekriegt, dass Ärzte mir immer ausweichend geantwortet haben, auch im Krankenhaus, weil sie sich nicht festlegen wollen. Damit du nicht hinterher sagst, ja, der hat aber gesagt so und so. Und ich kann das sogar nachvollziehen, dass Ärzte das nie wirklich konkret sagen. Wir wollen immer konkrete Antworten, konkrete Hilfspläne haben von Ärzten, die sie uns nicht geben können, weil diese Krankheit keinen normalen Verlauf von A nach B hat. Diese Krankheit ist einfach unglaublich davon abhängig, was für einen Lebensstil du hast, was für einen Stress du hast, was du für einen Körper hast, was du für eine Ernährung nimmst. Sie ist von dir abhängig. Und das macht es so unfassbar anstrengend für uns alle. Und so viele Menschen haben das Gefühl, sie kämpfen mit ihrer CED gegen Windmühlen. Sie machen und tun, aber es passiert nichts. Was können wir jetzt tun? Wir sind gefordert. Wir sind gefordert. Ich bin mittlerweile soweit, dass ich der Meinung bin, dass wir alle die Chance haben, besser mit dieser Krankheit zu leben. Aber wir müssen für uns unbequeme Antworten finden. Unbequeme Antworten finden auf die Fragen. Kann ich noch das essen, was ich bisher gegessen habe? Nehme ich mir ausreichend Zeiten, um Pause zu machen? Ist mein Leben so gestrickt, dass es auf meine Symptome passt? Was muss ich verändern in meinem Leben, damit ich gut mit dieser Erkrankung leben kann? Und glaub mir, diese Antworten sind richtig schmerzhaft. Die tun weh. Aber der Schlüssel ist, dass wir auf diese Individualität eingehen müssen, indem wir für uns die richtigen Antworten suchen und finden. Ich sage immer wieder, dass ich sehr dankbar bin heute über den Darmriss, der da passiert ist. Ich bin sehr dankbar über die Diagnose Morbus Crohn. Das war alles ein langer Prozess, gar keine Frage. Aber heute fühle ich wirklich diese Dankbarkeit. Denn dieser Darmriss hat nicht nur mein Leben gerettet im Endeffekt, sondern es hat mir die Chance aufgezeigt. Ich sehe heute, und da bin ich fest von überzeugt, und deswegen verkaufe ich das hier auch so, ich bin fest davon überzeugt, dass unsere CED eine Chance ist. Denn wir müssen uns jetzt mit uns selber beschäftigen. Wir müssen dahin kommen, dass wir eine gute Verbindung zu unserem Körper herstellen. Habe ich nie gemacht. Habe ich nie gemacht. Und heute bin ich sehr gut im Einklang. Immer ausbaufähig, gar keine Frage. Aber ich bin heute definitiv nicht mehr der Mensch, der ich noch vor zwei oder drei Jahren war. Definitiv nicht. Ich habe eine Verbindung mit mir. Ich möchte möglichst meinem Körper etwas Gutes tun. Und ja, manchmal streiten wir auch, mein Körper und ich. Wenn ich wieder das Verlangen habe, Eis in mich rein zu essen. Wenn ich das Verlangen habe, mir jetzt eine Cola schön kalt im Sommer zu gönnen. Ja, du kennst das, ne? Dann ist es so, dass ich relativ schnell merke, das tut mir nicht gut. Und ich bin auf einem guten Weg zu erkennen, was mir nicht gut tut. Und der wichtigere Weg ist, und da bin ich auch mittlerweile besser als früher. Es dann auch einfach umzusetzen. Also wirklich zu sagen, ich verzichte auf die Cola, auf das Fleisch, auf das, was mir gerade jetzt nicht gut tut. Wo ich genau weiß, dass es mir nicht gut tut. Wir müssen auf unsere Individualität, die wirklich sehr gefährlich ist, müssen wir mit Antworten reagieren. Wir müssen uns dem widmen. Wir dürfen nicht die Verantwortung an Ärzte abgeben. Und deswegen mache ich dieses Angebot hier mit diesem Podcast. Ich möchte dahin kommen, mit dir dahin kommen, dass du dir selber Informationen beschaffst. Dass du dir selber ein Gesundheitsmanagement anlegst. Dass du dir Wissen aneignest. Dass du dir durchaus auch mal Gesundheitsbücher kaufst. Es gibt mittlerweile so viele Ärzte, die Gott sei Dank ihr Wissen in Buchform mit uns teilen. Was nicht selbstverständlich ist. Die mussten das Ewigkeiten lernen und Erfahrungen sammeln und teilen dir das mit. Und du musst nur 15 Euro ausgeben für deren Buch. Und dann kannst du dir das Wissen von weiß ich nicht wie vielen Jahren drauf packen. Und für dich umsetzen und für dich Lösungen finden. Du brauchst für deine Krankheit individuelle Lösungen. Und die kannst nur du finden. Ärzte sind Wegbegleiter. Die können dir ihr Wissen mit an die Hand geben. Die können dir ihre Medikamente vielleicht noch mit an die Hand geben. Aber die eigentliche Lösung, die kannst immer nur du für dich finden. Und dafür musst du mit deinem Körper im Einklang sein. Und das ist leichter ausgesprochen als gesagt. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum so viele Menschen in dieser Haltung sind. Und ich habe alles versucht. Ich habe alles versucht. Hast du wirklich alles versucht? Hast du auch die unbequemen Antworten für dich gefunden und dann umgesetzt? Hast du dein Stressmanagement unter Kontrolle? Hast du Freundschaften, die dir richtig auf den Magen schlagen? Familienstränge, die dir richtig auf den Magen schlagen? Bist du da dran gegangen? Ich glaube, ohne dich zu kennen, da geht noch ein bisschen was. Und ich möchte dich einfach gerne ermutigen, geh mit dir ins Gespräch. Packe dir Wissen drauf. Und ich möchte dich bitten, nimm deine eigene Verantwortung jetzt in die Hand für dich und deine CED. Und gehe die unbequemen Fragen an, damit du eben nicht in den Strudel reinkommst. Es ist ja alles individuell. Das ist diese individuelle Suppe. Ja, du kommst einfach in diese Suppe rein. Es ist alles individuell. Man kann da nicht viel zu sagen. Bei dem einen läuft das so ab, bei dem anderen so ab. Ja, aber es läuft bei dir so ab. Geh auf das ein, wie es bei dir gerade läuft. Du bist für dein Leben verantwortlich. Nicht deinen Partnern, nicht deine Eltern, nicht deine Vergangenheit, nicht deine Zukunft. Du, du bist für dich verantwortlich. Du musst Antworten für dich finden. Das tut weh. Das weiß ich. Und ich bin mir da sehr, sehr sicher. Es gibt auch für dich den Weg dahin, schmerzfrei aufzuwachen, deinen Tag schmerzfrei zu gestalten, in Remission zu kommen. Ich bin fest davon überzeugt, egal wie individuell dein Morbus Crohn, deine Colitis ulcerosa gerade läuft, egal was du für Operationen hinter dir hast, egal wie viele Stenosen du im Körper hast. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle es irgendwie auf jeden Fall schaffen können und dass es da Chancen gibt, schmerzfrei zu sein. Ich bin da fest davon überzeugt. Lass uns gemeinsam den Weg hier gehen und ich hoffe, ich kann dich immer so ein bisschen inspirieren. Ich nehme dich wirklich bei Ich und Mein Kron mit, durch die Bücher, die ich lese, durch das, was ich mitbekommen habe, durch meine Pflegedienste. Ich habe wirklich ein exzellentes Team um mich herum gehabt, auch das war harte Arbeit, aber ich habe wirklich viele gute Leute drumherum gehabt und habe sie auch teilweise immer noch, von denen ich sehr, sehr profitiere und die mir wirklich andere Denkmuster mit an die Hand gegeben haben. Und hey, ich habe es geschafft. Ich sitze hier und habe keine Schmerzen. Ich habe meine letzten richtigen Darmkrämpfe, waren kurz vor der Rückverlegung, kurz vor der Rückverlegung und das ist jetzt über ein Jahr her und das schaffst du auch. Nicht von heute auf morgen, nicht mit einfachen Antworten, aber du musst es angehen und ich möchte gerne, dass du es angehst. Ich hoffe, diese Folge hat dir trotz dieser vielleicht unangenehmen Sachen, Dinge, trotzdem gefallen und vielleicht konntest du für dich ein bisschen was rausziehen. Ich bin kein Freund davon, immer alles schön zu reden, immer hier, oh, alles toll, alles super, sondern ich bin ein Freund davon. Da kommt vielleicht auch der systemische Coach raus bei mir, der unangenehme Dinge gerne anspricht und einfach mal auf den Tisch legt. Und vielleicht musst du diese Folge jetzt auch einmal erst mal sacken lassen und ich hoffe, ich konnte bei dir vielleicht einen kleinen Funken rüberbringen. Und du kommst vielleicht für dich ins Handeln und denkst vielleicht gerade über irgendetwas anders nach. Es würde mich sehr freuen und lass es mich auch gerne, gerne wissen. Ja, ja, gerne wissen. Ich bringe einmal die Woche bewusst eine Folge raus, weil dann hat man auch mal eine Woche Zeit, vielleicht Dinge sacken zu lassen. Ja, ich würde sagen, herzlichen Dank für das Zuhören hier und komm bitte für dich ins Handeln. Ich hoffe, wir kommen alle nächste Woche hier wieder zusammen. Nächste Woche 5 Uhr auf allen Podcast-Plattformen, die du kennst und auf www.ichundmeinkron und folg mir gerne auf Instagram. Ich freue mich wieder auf dich. Wir hören uns, du, ich und mein Kron. Bis nächste Woche. Bleib schubfrei. Ciao. Bis nächste Woche.